Das kann nicht sein. Hatte ich noch ein. Ja, hatte ich schon. Und? Was war das? Mittlerentzündung. Achso, ja gut. Ich habe ja eh das. Gehörgangsentzündung. Habe ich ja. Ja, 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 kommt gut. Bei mir. Und das ist dann nicht weg. Ich habe perverse Schmerzen. Aber dadurch, dass ich jetzt andere starke Schmerzen habe und noch mehr Medikamente bekommen habe, ist es einigermaßen enttragbar, aber nicht wirklich. Aber ich darf dann morgen erst wieder zum Ohrenarzt. Also einmal im Quartal darf ich. Wenn mir dann irgendwas gibt, was nicht hilft, muss ich wieder drei Monate warten. Weißt du? Das hat mich jetzt so gebrochen. Seitdem das mit den Ohren waren, ging es bergab bei mir. Ich habe schon gesagt, ich habe mich irgendwie so April, Mai okay gefühlt. So, nach meinen Ermessen so. Und als die Gehörgangentzündung angefangen hat, der hat mich halt enorm gebremst. 24-7 Schwindel, alles. Und dann kamen so Steins bei Schmerzen. Also ich bin safe für die Nacht, ne? Bitte? Safe hast du? Ich sage, ich bin safe für die Nacht. Das ist gut. Vielleicht spawnen wir nur bei dir. Kann auch sein. Oder bei euch? Ja, ich bin mal nicht, weil du bist ja der Höchstlevelige, der bestausgerübte Höchstlevelige. Hatte ich schon. Muss. Muss aber so skalieren. Er geht ja nicht. Er kann es nicht verändern. Hier ist Soul und Tier. in den Bergen ist das eh kacke. Doch, kann man. Kann man schon, aber wir haben die Mods noch nicht frei. Achso. Ja, dann musst du mir die Mods freischalten, Soul. Log ein und go. Kein Problem. So ein bisschen Motocross-Mod würde ich fühlen. Oha! Geil! Sub Nummer 3 auf Kick. Dankeschön, Fegel! Du Luder! Hast du Bock zu fegeln? Ich bin da! Für einen Fünfer kriegst du das! Dankeschön! Jetzt bist du auch hier Gründer. Warst du nicht auf Twitch auch Gründer? Dankeschön! Dankeschön für das dritte Abo jemals auf kick.com slash Gag-TV. Ehre! Ehre! Dankeschön! Ja, seit ein paar Tagen. Seit dieser Woche. Mhm. Danke dir! Ja, man kann auf zwei Arten sammeln. Bei Kick oder bei Coffee. Beides wird angerechnet als Sub. Dankeschön. Man kann bei Kick donaten oder subscriben oder bei ich meine bei Coffee donaten und subscriben oder hier einfach bei Kick zusammen. Dankeschön. Ich glaube, nur sieben Leute können Gründer werden. Krass. Ja, Dankeschön. Wie geht's, alte Vor- und Ohr? Ich muss lenken. Oha. Juhu. Ich hatte sogar am Dienstag und Mittwoch eine Special Cosplay Sub-Party. Ich habe mich, äh, ich habe extra so einen weißen Ball angeklebt. Weißt du? So ein Nikolaus-Bart. Das macht nichts. Dafür bekommt man ein OG-Sub. Au. Das ist ja egal. Das, das Coffee ist ja Sub-Plattform-unabhängig. Wenn man demnächst dann bei, bei Join sind, bei TikTok, bei YouTube. Ja, und du hast das geile Imole entdeckt. So. Ja. Weiß nicht, ob du verfolgst hier Discord. ich habe, äh, Freitag-Seven-Day-Server gestartet hier. Wir sind mal ein bisschen am daddeln. Heute, letztes Wochenende, Special-Stream-Tag mit Seven-Days. Joa. Waren wir schon zu dritt hier. Ist doch okay. Ich dachte, vielleicht wären wir mehr, aber noch zu dritt. Wenn ich dir das Geld per Paper gebe und meinen sogenannten hier bei Kik, kannst du das... Nee, weil ich muss meine Kreditkarte dann mit deinem Kik-Konto verbinden. Das mache ich nicht. Das geht nur per Kreditkarte. Weißt du? Das, äh, ungern. Mach doch einfach sauer per, per Koffie und fertig. Ist doch scheißegal, dann hast du halt dein VIP und dein OG. Ist doch wurscht. Steilbrustpanzer. Ja, okay. Das ist ja... Das verstehe ich schon. Das verstehe ich schon. Abnutzen für nahkampfwaffene Werkzeuge. Würde ich denn vielleicht für die Dinge nehmen sogar. Erstens Spitzhacke, drei, vier, nehm ich nicht nachher. Okay, warte mal. Verändern, wie? Hier, da. Zack, Hammer. Ja, die werden schon noch Verträge kriegen. Ich habe gelesen, dass sie dran sind. Dass sie dran sind, aber geht da nicht alles von heute auf morgen. Ich habe heute einen Post gesehen bei Twitter, da stand da, es, ähm, äh, hier, irgendwie, fünf Jahre, 5,5 Jahre hat Twitch gebraucht für 10 Millionen Accounts, Facebook hat zweieinhalb Jahre gebraucht für 10 Millionen Accounts und Kick hat sieben Monate gebraucht für 10 Millionen Accounts. Ja, rasanter Wachstum. Meine Damen und Herren. Endlich kann ich diese scheiß Mot hier holen, ey. Ja. Ich weiß, aber es wird trotzdem verglichen. Das wird trotzdem immer alles genauso verglichen mit früher und heute. Ich habe den Vergleich nicht angestellt, ich habe mir nur weitergegeben. Ja, ne, das Steinachs für 4200 Level 6 lohnt ja gar nicht. Dann macht der der N zu mir bei alleine. Das wird immer so gemacht, Tau. Auch wenn es früher nur zwei Menschen gegeben hat, die das gelebt haben, wird trotzdem der Vergleich gemacht zu heute. So ist das. Eisenspeer 5. Wie hoch ist denn deiner? 6. 6, okay. Ihr habt immer alles besser. Ich könnte mir nie irgendwas kaufen, wo ich dann gleichwertig habe. Das ist frech. Müsste ich es euch einfach wegnehmen. Ich werde die mal alle kaufen, um zu lernen einfach. So. Gut. Du bist weit weg Entso, oder? Ich bin an der Bess. Ja, aber es kommt jetzt dann. Ein paar Minuten los. Ja, um 20 Uhr. Achso, echt, okay. Ja, stimmt. Dann schmeiß ich mich da Hände auch raus. Haben ja recht. Haben ja recht. Na, ich mach grad die Nachbarschaft unsicher. Einer muss ja richtig, richtig, richtig. Da wissen sie, wer den Größten hat. Gut so. Richtig. Ja. Immer anklopfen mit dem Dicken. Dicken voraus. Ah, da geht's hoch, oder? Jetzt knapp Barang 4. So. Bin ich denn hier genau? Da, 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 da. Das ist so seltsam, oder? Okay. So, warte. Jetzt Level 2. Ja. Stromzufuhr wiederherstellen, nur Nacht. Boah. Jetzt gibt's extra Quests hier. Abholen slash säubern. Okay. Besondere Aufgaben Handelsrouten. Nehme ich an. Nee, hab ich nicht. Ganz normal 16 zu 9. 32 Zoll. 1440p. Ich glaube, es wird man sogar dann anders den Stream wird man dann sehen bei Ultra Wide. Ultra Wide wäre halt geil zum Racen, zum Fahren. Ich glaube, hier ein 1440p. Monitor. Was tut denn einen? Wenn ich Ultra Wide hier so streamen würde, würde dann glaube ich Ränder oben unten sein oder links und rechts sogar. Beim Racen würde ich dann nur so einen gewissen Teil abschneiden. Aber für das Auto fahren ist es egal, aber da kann man viel sehen. Da kann man da links rechts hinschauen. Da kann man hat man richtig weiten Sicht. Ja, bitte. Ach shit, ich muss ja hier. auch ging so genau mit. Ich bin gerade froh, dass das überhaupt läuft. Ich hatte auch die Probleme in der ersten Stunde mit Disconnects mit unter der Welt durchglitschen oder so. Ja, krass. Ich glaube, die 300 Meter stehe ich nicht mehr vor. Zähne. Oh. Kann ich ja durch? Wow. Wo bist du denn? Ist ja nicht auch AFK-Essen hier, oder? Oder wolltest du? Keine Ahnung. Hör, John. Nur weil er gerade nicht antwortet, bestimmt. Nee, Beneda. Beneda, Beneda hat nur ein Mikrofon gemütet. Ja, war besser. Müt wieder. Das ist scheißig zu hören hier so. Schmutz. Ja, ja, Schiffle. Schmutz. Sollen wir Aufträge? Schon wieder? Jetzt schickt mich jede Hände zum anderen. Ja, 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 ja. Ich fahre einfach mal nach Hause. Ja, ja, ich gehe ja raus. Jetzt kommen unsere Freunde, ne? Jetzt kommen unsere Freunde. Mal schauen, bei wem sie spawnen. Wir sind alle woanders. Ich lese in der Zeit Bücher hier noch. So, ich bin schon mal auf dem Moped. Ich kann... Wo bin ich eigentlich hier? Bin ich hier bei unserer alten Wohnung, oder was? Ja. Lol, nicht echt? Wir müssen es mitnehmen. Sagen Sie, Mütter, so. Ja, G8. Ich habe ja auch so einen. Nur halt den 1440p. Ja, Gates, Haasen. Alles, was du mitnehmen kannst. Kann ich machen. Ich habe einiges dabei. Wir können die machen. Ja. Nach der Nacht dann. Ja. Aber wie viel Herz hat denn der gerade, Vögel? Den jetzt hat der 144? Bei mir sind ein paar Vögel aufgetaucht. Ich sage es euch, wie es ist. Nur hier spucken irgendwelche auch. Oh, scheiße. Jetzt hier... Oh, mit der Kamera umschauen. Mit der Kamera umschauen, Digga. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie lange? Oder? Nee. Jetzt kommen ziemlich viele hier. Wie, 100... 4K? Mit 175 Hertz ist doch Main. Gibt es das überhaupt? Ich dachte, das gibt es gar nicht. Ich dachte, es gibt nur mit... 144. Das ist doch super. Da brauchst du ja nichts anderes, oder? Also 4K... 175 Hertz, 16 zu 9... Main. Also kannst du gucken, ob ich in die richtige Richtung fahre. Ich fahre selber weg von denen. Ich fahre selber weg von denen. Ja, ich bin abgestiegen, ob die erschossen. Ich habe auch kein Sprit mehr. 9% ist wild. Was für Nachteile hast du denn gelesen? Bei dem Ultra Wide. Kommt darauf an, was du damit machen willst. Natürlich siehst du in einigen Spielen mehr, aber wenn du es nicht brauchst... Ja, für Racing ist es super, weil du siehst du halt mehr. Es ist so wie die Frontschutzscheibe vom Auto. Ja, vielleicht bei Shoot dann auch, dass du das dann... Was du mehr links und rechts siehst. Dies hat links und rechts viel. Ich weiß dann nicht, ob das dann korrigiert wird von einigen Spielen. Mit einem Foff oder so. Was zockst du denn so für Games? Oh, wie Enzo, bist du wieder. Du kannst ja höchstens testen, würde ich sagen. Was soll ich jetzt? Wenn man jetzt irgendwelche Vorteile hat von dem Spiel, was man eh spielt, okay. Aber ob man es unbedingt jetzt überhaupt weiß, kann ich nicht. 6% Benzin. Oh. Ja, okay, ich dachte, ich könnte hier... Ich dachte, ich könnte hier ein bisschen Sprit abzapfen, aber geht nicht. Zu viele. Bei dir sind noch keine gespawnt, Enzo? Das ist wieder am Junt. Okay. Bei mir sind einige gespawnt gewesen. Bei mir immer wieder. Also, bei mir waren keine mehr und dann waren wieder welche. Und ich habe noch 5% Sprit. Also, man wird das immer auch rausklicken, diese eine Kante, wo es da gelb ist. 4%? Naja, die spawnen halt, wenn ich vorbeifahre. Ich weiß nicht, soll ich zu dir fahren? Ich weiß nicht. Ich muss hier gleich absteigen, werde sterben. Ich warte, dass die Nacht vorbeifahre. Hast du im Moped irgendwelche Atten drin? Nee, nee, nix, 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 nix. Ich muss mein Moped jetzt auch gleich mitnehmen. Und dann kann ich kurz absteigen und sterben. Äh, den neuen Schlafsack hast du dir schon gesetzt, oder? Ne, ich mache einfach beim Ding hier, beim Lucksack. Passt schon, ich würde eh hier in der Gegend sein. Erstmal, dann musst du noch jemanden lassen. Ja, dann musst du aber was in den Lucksack haben. Ach ja, hast du ja. Ich hab's dann. Yo. Okay, Ball ist vorbei. Also ja, super in Ultrawide. Weil ich leider nicht das gängige Format. Manche Spiele Probleme haben wie schwarze Ränder. Ja, es muss halt Ultrawide Support geben, aber ist bei den meisten Games. Und bei manchen alten Spielen wird's auch nachgereicht. Also das ist jetzt nicht so, dass es halt damit immer Probleme gibt. Ich hab ein Problem mit dem Switch-Spiel am Fernseher und am Bildschirm. Ja, solche speziellen Sachen sind nicht mehr ausgestellt. Die musst du, wenn dann... Die musst du, wenn dann bei Amazon dir holen und dann testen, wenn sie nicht da auch zurückschicken. Ist jetzt bei Monitur nicht das allergeistig, aber... Oh mein... Schon schlimmer ist es im Leben gemacht. Es sind so viele... Fast alle haben einen gelben Beutel von den Zombies hier. Naja, man hat leider einen Balken, ja. Das ist er, das. Komm eigentlich unendlich, Zombies jetzt mit so einem 4 in der Früh? Hört das denn nun wieder auf? Wird ihr gleich von irgendeinem getroffen, nämlich RIP? Ey, die ganzen gelben Beutel hier, ne? Schon ziehen gelben Beutel. Einen hab ich geschafft, kurz reinzuschauen. Aber halt... Oh, seitlich, wenn sie kommen, ist scheiße. Da komm jetzt RIP. RIP endlich reicht schon, dann kann ich hier... Wie hab ich hier? Okay, alles gut. Oder was für Vorteile erhoffst du denn fegeln bei den Ultrawide? Hast du denn so richtig Bock drauf? Also das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, was ich gesagt habe, wäre auf jeden Fall Safe Racing. Weil da siehst du halt einfach mehr. Ich muss dir mal vorstellen, wenn du durch die Windschutzscheibe immer gerade ausschaust, hast du links und rechts nichts zu sehen, weil du so eine Art Tunnelblick hast und dann auf einmal kannst du halt links und rechts schauen. Aber ich glaube, du bist ja kein Racer, oder? Ja, natürlich, das finde ich auch nicht geil, aber wenn du keine andere Möglichkeit hast. Niemand hat so wirklich Bock drauf, verstehe ich schon. Aber man weiß halt nicht vorher, wie es ist. Oh, Level 4 Bogen, geil. Man weiß halt nicht vorher, wie es ist. Das ist ein Minibar. Oh, die Bräuteste noch da geblieben. Bei mir sind jetzt noch keine mehr gesponnen, als ich gestorben bin. Chicken, irgendwelche komischen Sachen hier. Das riecht vielleicht größer, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Links, rechts halt. Mhm. Ja, es ist natürlich... Der Schwarzbereich ist ja auch schwarz. Ich finde, das ist mehr so beim Fernsehschauen. Es ist halt geil. Ob man es beim Zocken so extrem jetzt fühlt, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich mache das immer heller und dunkler. Ich habe kein Spiel ohne HDR. Ich habe kein Raytracing. Ich habe das Spiel selbst ohne Schatten. Weil wenn das Spiel mit Schatten gespielt wird, dann ist es noch dunkler für euch im Stream. Sieht man gar nichts mehr. Ich muss sowieso immer die Helligkeit regeln. Das ist ein Übergewicht schon wieder, ey. Ich habe geschmierter Stahl, habe ich hier. Oh, wird da wohl nichts anderes übrig bleiben, Fegel. Kostet ja nicht, äh... Was kostet denn die aktuell? Als man sich geschaut hat, war glaube ich 1500 oder so. Oder 2000. Die sind dann in G8, meinst du, wie der heißt? Oder Q oder irgend so. Samsung, irgendwo steht das doch. Aber ich finde, ähm, ist halt schon scheiße teuer. Da sind zwei einzelne Monitore billiger, die kannst du genauso verbinden. Mit der Auflösung. Aber das ist halt scheiße, dass da Balken in der Mitte, der schwarze Balken. Aber hey, wenn du Bock auf sowas hast, und du links, rechts mehr sehen willst, kann man machen. Verstreaming wäre es jetzt scheiße. Weil dann würdet ihr nur so diesen kleinen Ding in der Mitte sehen und das ganze Interface nicht mehr richtig. Aber so für non-streaming bestimmt nicht schlecht. Why not? Also ich bin jetzt einmal gestorben, bis jetzt kam nichts mehr. Ich bin die Straße zurückgelaufen, hab den ganzen Lunders aufgesammelt. Aber war trotzdem krass Action. Ich hab schon viel Action gehabt hier. Oh, Alexa? Alexa? Verlängere um 10 Minuten. 10 Minuten hinzugefügt. Ich bräuchte halt nur ein Auto. Hier. Dann hab ich's. Oh, da ist noch eins. Super. Perfekt. Das coole an unserer Weile ist für mich, dass der Monitor nicht so hoch ist und ich somit meinen zweiten Monitor, der oben drüber ist, besser im Augenwinkel haben. Ja klar. Immer meinen Stream da haben. Dann kann ich das da zustimmen, befürworten. Sonst nichts. Guck mal. Richtig, richtig. Oben drüber ist eh entspannt, finde ich. Ich hab hier auch da einen. So, wenn ich immer so hoch schaue, auf den hoch. Oben drüber. Links und rechts schauen ist halt so eine Sache, aber oben drüber kann man so halb peripher machen. Mit den Augen. Außerdem hat man so eine Brille wie ich, bei dem so ein Bulls ein Auge in der Mitte ist und nur da kann man durchschauen. Muss ja trotzdem so bewegen hier. Das hat er meine Mord entdeckt. Scalby ist gestorben. Yay. Ah, Enzo ist aus der Gruppe raus. Und er ist drin. 4,2. Er hat dich auch drin, was ich. Na ja, jetzt seh ich wieder. Wenn du was hast. Dau, deswegen. Zack. Und was sagst du, Fegeln, zu dem? Hast du noch ein bisschen so verfolgt? Bin ja fleißig am Instagram, am Twittern. Fotos machen, YouTube, überall noch Videos und überall hier so ein bisschen mit der Fresse hier. Die Fresse präsentieren, die Scheiße hier. Möge die Macht mit euch sein. Auch wenn, ähm, auch wenn die Gesundheit mir jetzt immer wieder ein bisschen einen Strichdurchdrechnung macht. Und nicht so viel Opiate schlucken muss ich noch nie vor, aber was soll's. Was soll's. Er hat alles mit F1,23 angefangen. Hä, wieso? Hä? Tut das Mutrat sich selbst auffüllen, oder was? Mir ist schon oft aufgefallen. Es hat irgendwie, es hat irgendwie 0% oder so, und dann geh ich rein, hat's wieder 4 grad. Oder vorhin war es 10, geh ich rein, hat's 13. Also ich hatte nur noch 1%, das hat's 4. Warte, da vergesst du tanken jetzt immer. Wie viele Zombies da waren, ich hab so viele erschossen. Ich glaub, wenn man einmal stirbt, dann ist man vom Radar. war das Landwurzack da unten? Ja. Also ich tot war, kam mehr zu dir, ähm, 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 das sind sogar so grüne Schweine. Ähm, ähm, finde neun Gäste in der Vorrichte weiblichen Avatar besser finden. Ja, ich auch, ich auch. Und generell jeder V-Tuber, ob weiblich oder männlich, oder irgendein Scheiß, Animationsviech, Dreck, Fuchs, Esel, Kuh oder irgendwas, einfach ultra erfolgreich ist, Mann. Aber mein, mein Erfolg bleibt, egal ob, auf Fresse, Handcam oder V-Tube, das, das ändert sich nicht. Stagniert die Scheiße. Ist vorbei. Achso, dann kann ich was dringend gleich holen hier. Wird er mich jetzt kein Zombie hier fressen. Beschädigt bist du, Enzo. Beschädigt. Zweiter Timer, 40 Minuten, ab jetzt. Möchtest du diesem Timer einen Namen geben? Ich habe Schwierigkeiten zu hören. Kannst du das nochmal sagen? Hm. Kannst du das nochmal sagen? Hm. 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 So, nice. Wahnsinn. Bist du am Klo, hältst dein Schwanz in der Hand und die Uschi teckst du dich hier voll, hä? Ja, zur Tickte komme ich dann noch, Fegel, da bin ich... Habe ich einige Ideen, aber kann ich noch nicht fertig machen, dann muss ich erst ein bisschen wieder fitter werden. Ja, ich schaute an, dass ich Bilder schicke, Texte schreibe, kleine Videos hinschicke und sowas, weißt du? Auch ein bisschen so mehr da soziale Dinger da bedienen. Aber Resonanz und Veränderung zu früh ist da gar nichts. Also es ist eigentlich scheißegal, ob ich es mache oder nicht mache. Äh, hast du Holz, Lied? Hast du? Ähm, nö. Ah, hier hast du mal Bücher. Ah lol, hier ist Holz. Ändert sich halt kaum was, weißt du, ob ich jetzt was bei Dame in dem ganzen Video mache oder nicht? Aber ich mache halt und gebe mir Mühe. So. Kaltes Trinken aus dem Gefrierverhältnis. Aber wir brauchen ganz dringend Schmelztiegel. Das ist echt. Jetzt sind fünf Minuten wieder, wieder warm. Hände öffnet um 6.05 Uhr. Wir brauchen Schmelztiegel. Jawoll. Ach, jetzt muss ich wieder den Puls synchronisieren, wenn ich da auf Toilette war, oder? Ja. Vergessen mir, hängen die Minzen. Ich habe keine Taschen hier. Muss ich selbst so immer festhalten. Hm. Hm. Ja, jetzt findet er mal nur wieder nicht. Hm. 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 So. 10 Minuten. Können wir rein. 27 mal 5 grad und steigen und steigen alexa stop haben wir pfeil stahlpfeilschützen dafür habe ich das rote potmec jetzt das habe ich ja schon seit 2019 20 oder so habe es aber nur im bett gehabt beim bett stream und dadurch dass ich jetzt über boxen streame und nichts im ohr haben darf keine kopfhörer keine in ihr keine kopfhörer habe ich das mikrofon jetzt nehmen müssen weil es am wenigsten außen klang auffängt sondern nur sonniere trotzdem noch genug sonst habe ich es nur im bett gehabt aber ich weiß was du meinst jede erfolgreiche bro hat es im 7b ich habe ja neun jahre lang meine samsung samsung meteor benutzt was immer noch hier ist neben mir aber es hat so viel raum klang dafür dass ich mit boxen wer ist denn vielleicht nutze ich es ja dann wieder aber so passt es ja jetzt schon dass der jetzt mein handy wenn meine uhr wieder nicht kündigen kann das handy ist nervig halbüchen ja oh brauchen wir eine level 6 partie die solche aufheben oder verkaufen verkaufen ok ach so vielleicht behalten erstmal wenn man genug haben kann man die dann irgendwann verkaufen zu spät zu spät hab schon gedrückt habe schon gedrückt level 1 verkaufe ich aber dann oder aber das falsche gebaut jetzt hat gesundheit danke sehr gerne die polen die polen melden hier die wir zum händler ja es gibt es geht man zum ende das ist richtig ja ich habe aus wir haben alles verkaufen ganz dringend schmelzziegel ich kann denn erst voll spät bauen 75 bei schmelzen ja und ich bin erst bei 58 wo noch 23 bücher 22 bücher ja zusätzlich kann stimmt auch nur stufe 2 aufgaben die gehen bestimmte menge aber so ich bin aber jetzt hier bei unserem allem zu hause ganz ganz frech hier alles verkaufen ich habe alles verkauft und der hat aber kein schmelzziegel ich habe einen bergbauhelm level 2 ein normaler helm mit der lampe das noch zwei wasserfilter wasserfilter suchst du hier gibt es noch welche bei dem händler hier ich habe aber nicht das geld dazu drei stück hat ja noch hier ja bei uns hat auch noch zwei nicht das geld zu hast du geld 1600 habe ich ja geht so so spriten muss ich mir ich habe ja noch was zum verkaufen warum sind da oder ist die ganze armee gott warum ist das und sind ja 30 zombies ich habe jetzt bücher noch kraft bücher ich habe jetzt gerade auch noch zu 2 verursachen mir fehlen noch 15 15 punkte bei diesem dingens ein schmelztiger ist halt wichtig sonst können wir keinen stall bauen so dann fahren wir mal hier hin zu dem häuschen dann wieder auf tour irgendwie da vorne waren so zehn zoller straße wir müssen jetzt haben also viele händler haben jetzt stufe 2 quest aber bei dem wir gerade sind nicht bei dem sind das bei der männer wo wir sind ist es auch so sechs kilometer hier sind die quest immer so nah bei dem woher zuerst waren können wir können die auch hier machen wir sind 1000 von question also ich bin jetzt von den zombies hierher gestoßen worden brauchen wir haben das wichtigste aus unserem alten haus mit was plan kannst gibt es der sprit halten ja damit was zu sagen jetzt habe ich das habe ich schon gehört von von den das habe schon gehört das gerüchte moped kann man noch nicht mal das größte oder was fehlt da noch das motorrad für motorrad brauche ich noch ja ich habe 20 von 45 dann wollte ich was anderes gucken ich bin welcher wie auch abtapfen spielten hier oder ich kann den ganzen lkw abtraum das will munition des kinder rein also mit ausdauern vielleicht zu machen lohnt sich nicht wirklich ich glaube wenn wir im wald gehen einfach diese federn dafür haben auch genug eier mal so ein paar minuten rezept kürbis kürbisbrot kürbisbrot braucht nur dinge warte mal haben wir kürbisbrot 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 ich möchte gerade sprit ziehen bring mal das essen mit kürbisbrot ich schau mal was ich hier nehmen kann guck mal was du essen mitbringst sprit ziehen hier also die ganzen äh sachen ich habe jetzt auch nicht so geplant so aber ich gucken mal ja ja was mit deinem motorrad kann ich jetzt machen erstmal sprit ziehen ich habe jetzt den ganzen lkw habe ich ähm hab ich ähm entwurscht aber das gab weniger beim lkw als bei so einem auto die ganzen lkw 110 bloß hat sein auto schon allein mehr passt oder genauso viel da 84 schon 131 hell gehört weniger ich bin mal kurz aber schnell geht das hat gar keine spürt okay das ist ja auch nicht ganz schweiß wenn man ob das 26 noch ankommen war das hat auch kein spürt oder was doch ist jetzt 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 hat jetzt hat sogar sprit mache ich auch mal draußen nachts im schraubenzieher das auto was sind heute meine mods oliday wo seid ihr denn man hallo sagen hier sollten das so dann wie bei den alten mods kommen wir gar nicht mehr hallo jemand da von euch mods mod check mod check Ah, da sehe ich das grüne Ding wieder. Jawohl. Hier sehe ich auch den grünen Strich. Achso, falsche Waffe. Zwei ist das. Okay, so muss das halt immer sein. Einfach einen Schlag und dann Kopf ab. Ihr Main. Wir haben gar nicht so viel Essen hier. Hier oben ist Medizin und das Essen. Das ist gar nicht so viel da. Das ist ja gar kein Essen hier. Nur so ein Tee. Das ist ganz wenig Essen. Betonmischung ist beim Essen drin. Honig kann ich eh stafeln, glaube ich. So. Das kann ich. Da ist ja kein Essen. Nur so Dosenfutter. Hast du gehört, Bi? Hier ist gar kein Essen bei uns mehr. Bitte da. Enzo, da ist kein Essen mehr bei uns in der alten Basis. Nur ein paar Dosen, fertig. Äh, Bi, komm mal zurück. Ich bin... Ich hab was für dich. Mal zurück da. Ein Fahrrad ist hier drin sogar. Nee, noch ein Fahrrad. Wo ist das hin? Da hab ich's gleich aufgenommen. Okay, ich dachte, Alter. Eins lass mal hier, falls jemand hier strandet, würde ich sagen. Schalter. Schalter. Ich könnte Schalter mitbringen, wenn ich da wollte. Gag für dich ist auch noch eine drin, gell? Was haben wir? Einmal Militär-Tarnstiefel. Wie stark? Ja. Bin gut auf jeden Fall. Ich trag jetzt... Alteisenstiefel. Okay. Okay. Na gut, nehm ich. Danke. Also, wir haben kein Essen mehr hier in der Basis, Digga. Da sind noch Dosen. Ich hab die gecraftet, gell? Und die Schuhe. Nehm ich halt Näh-Set noch mit? Kann ich eh stacken? Oh, Bär, Alter. Geil, oder? Direkt vor der Tür ein Böhr. Böhr. Jo. Oh, nee. Treibler würde mich auch nicht. Moment, ehm. 1200 Knochen? Irgend schon drin, in der... Heidelbeeren. ...ging...